war mega er versucht mit dem kopf aber der ball geht vorbei schade das war eine richtig gute chance und ich wollte riesen machen das sieht so einfach aus was sie hier machen aber dieser ball besitzt fußball ist das ergebnis von hartem training nun bei könnte was werden die franzosen versuchen es noch mal souverän er hatte ball das hätte brenzlig werden können aber er kommt vorher an dem ball und jetzt ein wofür frankreich kursawa nun grismar wenn wir noch ganz schön hier ab wer steht gut und sicher im moment ist da kein durchkommen den hat er gut platziert super gemacht wo sie kann man wohl sagen wird mit ganz wenig kraft und viel gefühl versenkt wer man jetzt also in führung werden wir noch besser agüero sie gut aus sie lassen den ball laufen aber noch fehlt die lücke in der abwehr gute aktion aus diesem einwurf könnte sich vielleicht eine chance entwickeln den ball wirft er gleich zum gegner die offizielle nachspielzeit wird angezeigt drei minuten gibt es noch extra manu er was und nun agüero wird jetzt gefährlich sicher vom torwart gut gemacht konnte da holt er den ball zurück naja ich halte nichts von dem hat er hat so viel miss gespielt schon der leno und damit ist das spiel für ihn vorbei er wird ausgewechselt man muss es leider so hart sagen es wurde zeit ja aber manchmal läuft einfach nicht so ein spiel ist natürlich gift für das selbstvertrauen aber für den spieler ist es jetzt nach vorne schaut und beim nächsten mal matri die gute aktion jetzt liegt vor allem an den kreativen hier mal eine idee zu entwickeln sonst kommen sie gegen die abwehr nicht durch konnte können sie jetzt einen angriff auf 10 mit dem ball am fuß richtung gegner durch das tor ein super täglich das macht er wirklich gut heute jetzt kurz der deutsche märz der deutsche roben und riberia von den krankheiten kursawa sie sind geduldig und warten auf die lücke bei der abwehr wird das nicht leicht mascherano den spielte in den lauf riesmann am ball wird das seine tor chance sie spielen die einfachen bälle holen sich so sicherheit und legen sich den gegner langsam zurecht und jetzt die chance ein fantastischer treffer klasse platziert der ball fliegt in den winkel ja so können wir ihn technisch einwandfrei und überlegt bringt er den ball da im kasten unter und lässt alles dabei so leicht aussehen das 2 0 führung ausgebaut mal sehen ob sie so weitermachen das sah gut aus bis hierhin aber jetzt haben sie den ball verloren jetzt bei riesmann am ball da schickt er den mitspieler sie müssen schneller spielen dann könnten sie die defensive überraschen das ist freistoß gegen argentinien da kommt er gerade noch so an den ball und lenkt ihn über das tor das sind mitspieler frei schießt er ihn rein und die chance ist vorbei er wirft sich in den schuss gutes täglich und da gibt er vorteil gute entscheidung spielfluss nicht unterbrochen sie scheinen sich den gegner zurechtlegen zu wollen der ball läuft gut aber noch finden sie keine lücke erfolgreich gegrätscht gut den ball hier im mittelfeld erobert matri die gut aufgepasst da kommt er an den ball das könnte gefährlich werden den ball hat er ganz souverän souverän er hat den ball und jetzt sind hier noch 20 minuten zu spielen entscheidet schnell und richtig er gibt vorteil grießmann geht in die offensive jetzt vielleicht keine schlechte chance aber vorbei ach da war vielleicht sogar mehr drin und jetzt ist das spiel jedoch unterbrochen und für das foul von vorhin gibt es geld gut vom schiedsrichter da der zunächst ganz richtig den vorteil abgewartet und er gewinnt den zweikampf konnte dem belay jetzt grießmann und matri die kurzer blick zu uhr viertelstündchen haben wir noch den ball holt er sich über grießmann könnte jetzt was gehen mercato und nun bei nega sehr gute und das ist freistoß gegen frankreich lassen den ball laufen aber jetzt bräuchten sie auch mal einen zug zum tor der angriff jetzt über agüero da trennt er ihn fair vom ball gutes auge in dieser situation entscheidet auch vorteil super gemacht mit der hacke messi messi mit dem tor er macht fast jede chance rein unglaubliche torquoten und hier sehen wir auch warum er geht vom platz und lässt sich auf dem weg nochmal ordentlich abfeiern und das völlig zu recht wenn du mich fragst das war eine weltklasse leistung von ihm heute das ist genau ihr spiel viele pässe bald es sind sicherheit zermürkend für den gegner william cdb die franzosen mit einem angriff jetzt lehmann riesmann am ball super einsatz da kann er ihn stoppen die fans feiern ihr team nochmal an buschi mal sehen ob sie das nochmal nach vorne pusht ein paar minuten haben wir noch da holt er den ball zurück kursawa konnte jammero ja zwei minuten nachspielzeit kriegen wir jetzt noch abgefangen gut gemacht die baller gut aufgepasst von koscieli und jetzt die chance gute aktion vom keeper hier hält den ball und sein team damit im rennen der und um der Untertitelung des ZDF, 2020